Hallo Leute und willkommen hier bei meAppleCat und bei einer weiteren Ausgabe meiner Star Trek Eaglemos Reihe. Heute schauen wir uns ein tapferes kleines Schiff an und zwar die USS Defiant. Die Defiant spielte eine große Rolle in den Dominion Kriegen und damit in der Serie Star Trek Deep Space 9 und hat die Registrierungsnummer NX 74205. Die Schiffsklasse heißt Defiant Klasse nach der Defiant benannt, denn sie war das erste Schiff ihrer Art und wurde in der Flottenwerft Utopia Planitia gebaut. Der Stapellauf fand 2370 statt und sie ist lediglich 170 Meter lang oder 170,68 Meter um genau zu sein und hat nur vier Decks und eine Besatzung von 40 Crewmitgliedern. Dafür wird sie aber richtig schnell mit Warp 9,982. Also ein echt flottes kleines Schiff und sie ist bis unter die Zähne bewaffnet mit drei Phaserbänken, vier Puls Phaserkanonen und zwei Torpedorampen, von denen sie auch Quantentorpedos verschießen konnte. Und sie stand natürlich unter dem Kommando von Benjamin Sisko. So Fakten beiseite und dann schauen wir uns das Modell mal im Detail an. Ihr seht es hier schon wie es in dem Ständer drin steht. Also es wird auch hier am hinteren Teil gehalten und hält auch sehr sehr fest. Also da braucht man sich keine Sorgen zu machen, dass das irgendwie rausfällt. Hier ist alles bombenfest zusammengesteckt. Gefällt mir sehr gut. Natürlich haben wir auch hier wieder das kleine Schildchen auf der Unterseite USS Defiant NX 74205. Sehr schön. Ich nehme es mal raus und dann gehen wir mal ins Detail rein und fangen am besten an. Ja, ganz vorne. Mein Modell kam leider beschädigt bei mir an. Hier vorne der Kopf, der war abgebrochen und hier kann man das schon etwas sehen. Deswegen sieht das hier etwas komisch aus. Bei mir, den habe ich festgeklebt. Also das war keine große Sache. Konnte man leicht nochmal kleben und stört mich jetzt optisch eher nicht. Und deswegen ist das schon okay. Also nur wer sich wundert, dass das hier etwas unsauber aussieht an der einen Stelle. Wo ist Metall? Wo ist Plastik? Also hier oben der Teil. Hier so in dem Bereich. Einmal ganz nach hinten. Das ist also alles aus Metall. Und hier unten ist schon Plastik verbaut. Ebenso hier die Warp-Gondeln. Auch die sind aus Kunststoff gefertigt. Und hier vorne das Teil ist auch aus Kunststoff. Also nur hier der obere Bereich. Das ist dann Diecast, also der Metallbereich. Und dann fangen wir direkt mal hier bei dem abtrennbaren Gefechtskopf an, der bei mir leider schon abgetrennt war, aber wie da dran sitzt. Dort können wir sehen, dass wir hier vorne die Registrierungsnummer haben. NX74205. Sehr klein aufgedruckt. Und nicht 100% mittig, würde ich mal sagen. Aber dafür ziemlich klar im Druck. Also könnte etwas weiter nach rechts sein. Aber das ist jetzt wirklich Jammern auf Millimeterchen Niveau. Geht so schon völlig in Ordnung. Hier vorne steckt auch die Hauptzielerfassung drin. Und wenn ich es mal drehe, sehen wir dort auch die Hauptdeflektor-Verlangs. Das ist hier vorne dieser blaue Teil. Der ist also aufgemalt. Kein extra transparenter Kunststoff. Geht so völlig in Ordnung. Dann haben wir einmal hier oben nochmal stehen. USS Defiant. Dort befindet sich dann auch die Hauptbrücke des Schiffs. Und da haben wir auch ein schönes Decal drauf mit dem Sternenflotten-Logo. Und dieses rote Pinstriping. Das sieht alles echt schön aus und schick aus. Passt und ist alles sauber gedruckt. So wie man das eigentlich hier kennt. Gefällt mir gut. Schauen wir uns mal hier die Warp-Gondeln an. Denn hier ist transparenter Kunststoff verbaut. Das finde ich gut. Hier dieser rote Bereich. Das ist also dann quasi der Bussard-Kollektor. Direkt oben drüber sitzt dann auch eine Torpedorampe. Und die zweite ist dann hier natürlich auf der anderen Seite. Und wenn wir es mal rumdrehen, sehen wir dann hinten dann auch die blauen Bereiche. Und auch das hier ist transparenter Kunststoff, der hier eingebaut wurde. Genau wie auf der anderen Seite. Die Spaltmaße, naja, die könnten, die sind etwas groß hier. Also hier kann man schon ein bisschen durchschauen, wenn man das mal so dreht. Da könnte etwas genauer gearbeitet worden sein. Aber wenn man es so hinstellt oder so von Weitem weg sieht, wie man es normalerweise sieht, fällt das nicht auf. Wovon ist ehrlich gesagt nicht weiter störend. Aber wenn ich schon mal so nah dran bin, muss ich das erwähnen. So, auf der Seite haben wir auch nochmal die Schiffsnummer, der Defined und nochmal den Föderationsaufdruck. Passt alles, sieht gut aus. Und auf der Unterseite, was haben wir da auch nochmal? Hier die Registrierungsnummer und ein paar Kleinigkeiten, ein paar Details, verschiedene Panzerungen, die aufgemalt worden sind. Also insgesamt gefällt mir das Modell hier wirklich gut. Und hier auf der Rückseite könnte man ja meinen, die haben hier irgendwie vergessen, die Löcher zuzumachen. Aber es sind tatsächlich keine Löcher. Das ist der Impulsantrieb der Defined. Sieht etwas merkwürdig aus, als wären da Schrauben drin. Sind es aber nicht. Die Löcher, die sind extra da. Das ist der Impulsantrieb. Tja, und da wäre der Rundgang eigentlich auch schon beendet. Mir gefällt das Modell hier wirklich gut. Und auch in der Serie hat mir die Defined echt gut gefallen. Deep Space Nine war am Anfang so ein wenig, naja, lahmarschig habe ich das so empfunden. Aber als dann später das Dominion dazu kam und sie hatten dann mal statt diesem etwas langweiligen Shuttle hier die Defined, die ja extra als Kriegsschiff entwickelt wurde, was sehr ungewöhnlich ist für die Föderation. Denn das ist ja in erster Linie immer Forschungsraumschiffe mit Bewaffnung, die da unterwegs sind. Aber die Defined, die wurde einfach nur für den Kampf konstruiert und hatte ja auch eine Tatvorrichtung eingebaut. Auch das ein absolutes Novum und das gab es glaube ich sonst kaum bei anderen Schiffen. Ich glaube bei einem wurde das mal noch gezeigt, aber halt nicht regulär. Und damit war das hier eine richtig kleine Kriegsmaschine. Und die Defined hatte auch einen Auftritt in der erste Kontakt, wo sie zusammen mit der Enterprise und der restlichen Flotte gegen die Borg gekämpft hat. Und ja, sie wurde nicht zerstört, aber sie war stark beschädigt danach. So, ich packe sie mal wieder kurz in die Halterung zurück und wir schauen uns mal das Begleitheft an. Die Defined gab es also mit Ausgabe Nr. 7, hat ein schönes Print auf der Vorderseite, wie man das so kennt. Und auf der ersten Seite finden wir nochmal die ganzen technischen Daten, kurz zusammengefasst. Und als nächstes nochmal ein wenig zur Geschichte. Der Defined, dass sie ein Schiff ist, das für den Kampf entwickelt wurde, wann sie zur Serie dazustieß und 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 und. Das Ganze mit vielen schönen Fotos dann, die hier natürlich drin stecken, wie bei den ganzen anderen Heftchen dann auch. Viele Hintergrundinformationen, aber ich blätter hier. Ah, schaut mal, hier kann man auch sehen, wie sie gegen die Borg gekämpft hat, zusammen mit der anderen Flotte. Das war immer besonders cool. Jeder liebt die Borg, oder? Liebt jemand die Borg nicht? Schreibt es in die Videokommentare. Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Die Borg sind cool. So, hier sehen wir nochmal einen Überblick, wo was steht und wo was sitzt. Und hier sieht man auch den Impulsantrieb hier auf der Hinterseite. Und hier sieht man es nochmal ganz deutlich, dass der Punkt hier wirklich kein vergessenes Loch war, sondern der Impulsantrieb. Da habt ihr es schwarz auf weiß. Aber ich will jetzt noch weiter blättern. Genau hier hin zu dem interessanten Teil. Design und Entwicklung. Wie hat sich die Defined entwickelt? Und welche Schritte gab es dort? Das sehe ich immer besonders gerne. Die hat sich aus einem Runabout Design entwickelt und wurde dann Schritt für Schritt angepasst in die endgültige Form. Das hier war also ein früher Entwurf und der sieht schon relativ bescheiden aus. Aber man kann schon sehen, verschiedene Bestandteile hier vorne. Dieser Einschnitt, das erinnert mich an die NX-01 zum Beispiel. Also da wurde das etwas windschnittiger das Ganze gemacht. Und auf der nächsten Seite sehen wir dann die Entwicklung schon etwas näher an das finale Design. Das hier sieht schon ziemlich nah daran aus. Und endgültig sind wir dann bei dem Defined Design gelandet. Und das sieht schon echt cool aus. Ich habe das Schiff sehr sehr gemocht. Also das kann man sich gerne zulegen. Den passenden Link dazu, den findet ihr hier unten in meiner Videobeschreibung, wenn ich einen dazu finde. Und dann ist es wieder soweit. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut!